hallo und herzlich willkommen zurück zur kanja hinten ist noch mal so ein schattenläufer nehmen wir natürlich noch mit bevor wir mal gucken ob die vielleicht sogar in die burg reinkommen aber ansonsten steckt er hier auch artig die prügel an bevor da mal was kommt so schauen wir mal die ganze flüchtlinge hier ja die werden ja nicht reingelassen vielleicht haben wir da glück hier ist ein schmied so schauen wir mal hallo auch mensch lässt du mich nach seetariv durch ich hasse die paladine und ich kann kämpfen der zutritt für fremde und fußvolk ist laut vorschrift verboten verstehst du nicht ich will helfen lass mich durch das geht nicht herr zutritt nicht gestattet leck mich körperkontakt ist laut vorschrift strengstens verboten ja geile antwort es war auch rhetorisch gemeint die wollte vor uns nicht mehr quatschen ja gut wenn wir da jetzt erstmal nicht reinkommen müssen wir uns hier noch auf die socken machen mal kurz auf die karte schauen aber dann laufen wir erstmal hier rüber ach du scheiße ach ja so ne blöden flatterfiecher hier weg 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 Bei dem wir echt mal mitnichten Schaden machen. Oh, weg! Uff, ich habe mich ja wirklich scheiße. Was für ein Arschloch. Ah, da will ich doch mal erwischen. Meine Fresse. Ey, sag mal. Ich kann mich doch hier nicht die ganze Zeit erwischen. Lass mich mal abdampfen. Scheiße. Schaden mache ich bei dem auch nicht. Okay. So, wir müssen jetzt hier... Ich brauche irgendwie Heilung. Heilung, wo jetzt komischerweise diese olle Rune ist. Ich hatte doch da irgendwas anderes Gutes drin, Mensch. Eine Melone ganz bestimmt. Das können wir da mal reinlegen. Weg, 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 weg. Ach, mich trotzdem noch. Das gibt's doch gar nicht. Ich sollte mir immer wegenbleiben. Ich mache das auch mal. Oh, man. Nein! Ah, jetzt blockt der schon wieder. Tsk. Okay, das kann sich ein bisschen ziehen. Das wird wahrscheinlich ein eigenes Video hier. Und trotzdem noch erwischt. Ja, das kann sich jetzt ein bisschen hinziehen. Ah. Er geht mir auf den Sack. Ach, Mensch, komm. Also ehrlich jetzt mal. Ja. Ich war auch schon weg. Ja, Wolli. Hab ich den überhaupt? Ja, mich auf jeden Fall. Ach, komm. Also, ich bin hier 20 Meter weg und der erwischt mich trotzdem, oder wie? Nicht zu fassen. Seh ich nichts. Ja, ich kämpf. Oh, dummes Arschloch. Ja, verpiss dich. So, jetzt kannst du weitergehen. Wo bist du? Nein. Ach, Mensch. Das ist doch mal. Ah, ja klar. 100 Meter weg und er trifft. Natürlich. So, jetzt aber. notch. Ich bin hier von mir. Genau. Ich bin hier von mir. Das war noch nicht. Ich bin hier von Grundmody. Ich bin hier von hier von dir, das war fest. Ich bin hier von mir. Nein. Ja. Besiegt. das war zwar jetzt echt mal verdammt krasser kampf ok ich wollte erst mal da unten hin aber wir haben ja auch noch wir haben ja hier noch stupenaufstieg wollte ich sagen ich glaube ich brauche mal eine bessere wache so wieder unsere kumpels ich sehe gerade ich habe hier kaum noch was vernünftiges eine kurzwanders eigener lexier können wir uns da mal reinhauen 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 wir doch einfach mal das wird reinhauen hi jungs so einen haben wir schon mal so 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 bisher gab es ja immer noch was schönes zu holen bei euch schlangen rüsterer spangen rüster das ist natürlich gekauft okay ja sehr schön wir haben eine rüstung bekommen die höchstwahrscheinlich besser ist als das was wir haben wir haben nämlich besser naja wenn es bloß lange zeigt wo wir jetzt ehren wollen paula frau nicht paula so das ist noch mal ein Rudel so ist hier noch was ich bin jetzt hier gelandet hier ist wohl nichts weiter ich glaube es wird mal zeit für eine vernünftige ordentliche neue coole waffe dass wir den ganzen weg zurück können ok wenn man hier noch mal einen kleinen schnitt dann teleportiere ich mich einfach darüber und da sehen wir uns dann im nächsten video wieder dann danke fürs zusehen und hoffe wir sehen uns im nächsten video vielleicht wieder nochmal das war ich ich auch Untertitelung des ZDF für funk, 2017